So, dann bin ich wieder hier, herzlich willkommen zurück. Ich habe nur mal ein kurzes Poison eingelegt und ja. Habe es aber Gott sei Dank so abpassen können, dass wir direkt in einer neuen Folge mit einer neuen Aufnahme beginnen. Und nebenbei kann ich gleich das, was ich eben aufgenommen habe, schon mal ein bisschen reindern lassen. Zeit der Sparnis. Ähm. Gut, dass ich ganz kurz pausiert hätte, äh hatte, weil sonst hätte es wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert, bis ich hier wieder durch bin. Sonst hätte ich da nach einer Stunde nicht meine Pause einlegen können, so wie ich es eigentlich geplant hatte. So, ja, ich muss immer zwischendurch noch ein bisschen was erledigen. Leider, leider, leider habe ich nicht allzu viel Zeit, dass ich hier permanent aufnehmen und machen kann. Das wäre natürlich ein Träumchen. Am besten mit sowas Geld verdienen, wie manche Anzeleute. Oder im Lotto gewinnen, dass ich auch nicht mehr an die Arbeit brauche. Dass ich mich den ganzen Tag wirklich diesem Hobby widmen kann. Oh, wer ist er denn? Oh, 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 der ist so weit, der ist so weit, der ist so weit, den kriegen wir schon down. Wie er den niederstreckt, der ist ja bestialisch. Ja, du auch. Wunder mit dir. Schön am Boden festgetackert. Frakturkanone. Schießt gezackte Splitter, die sich in Oberflächenboden und detonieren. Wenn sie ausgelöst werden, drücken sie, um einen Splitter zu hießen, drücken sie, um ihn detonieren zu lassen. Okay, das testen wir mal aus. Oh, schick, 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 schick. Schick, schick. Ach, das geht ja schon so kaputt. Ach, die explodieren auch von alleine mit der Zeit, oder was? Na? Jupp, jupp, jupp. Aber man kann aber nur drei Stück abschießen. Ach, scheiß auf das Ding. Nee, ich will noch nicht, ich will erst mal... Oh, wo, wo? Aber hab ich meine Pistole noch nicht angelegt? Wo ist die denn? Dahin. Ach, schick. Der Sack. Jo. Gesprankt, Baby. Gesprankt. Das war's mit ihm. Darum ist noch einer. Nö, das ist... Okay, hier ist nix mehr. Noch irgendwo einer. Ach, komm, nehmen wir mal lieber mit. Man weiß ja nie. Nehme ich mal lieber mit. Weiß ja nie, wo noch irgendein Idiot auf dumme Gedanken kommt. So wie der zum Beispiel. Fliegen kann er auch. Da kommen ja noch mehr. Put, 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 put. So einfach kann's gehen. Kommen noch welche? Das Ding ist gar nicht mal so verkehrt. Wenn die Gegner noch weit weg sind, dann kann man so schön ausschalten. Bevor ich dann in den Nahkampf übergehe. So, dann noch irgendwer. Okay, da war noch keiner. Erstmal alles demolieren. Sicher, sicher. Bevor sich noch einer versteckt. Dann kommt der noch einmal her. Jo, wo war der denn versteckt? Der Sack. So, und nun? Muss ich da schon oder was? Ach, hier steht schon wieder ein Püsstach sich. Ey. Ey. Special Trick, hä? Scheiß, das macht aber auch Schaden. Das ist doch gerade der, der gerade am sterben ist. Tschüss. Schöner, können wir sie gleich dahinter wegspringen. So. Da oben kommt noch einer. Stirb. Ah, was kommt? Noch mehr. Ach, der lässt die Brücke runter. Das ist ja aber freundlich. Ähm, ja, ob das freundlich ist, das... Das sei jetzt mal so dahingestellt. Solltet ihr aber. Haben die jetzt ja eben selber abgeschossen? So, da drüben steht noch einer. Oh. Zu langsam, shit. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Schön vollgetackert den Sack Oh, die ist so kaputt Das Ding ist gar nicht mal so verkehrt Vollmussum ist das gut Und Zielsucher hat das auch noch anscheinend So, noch irgendwer Ach, drüben läuft noch einer Den hat es schon so zerlegt Zwischendurch können wir mal ablegen Hier liegen ja überall noch welche Von daher Wo kommt die denn auf einmal her? Das gibt es ja nicht, ey So viele auf einmal Vor allem von hinten die Säcke Kann ich die Leiter wieder hochholen? Nein, natürlich nicht Beziehungsweise die Brustrücke Deswegen stehen noch überall So viele Lebenskisten noch so um Ach komm, das hat keinen Zweck Explodier, komm Schön ist, da können wir so schön uns runterstumpen Wups, weg Eine Kiste können wir mal mitnehmen Haben ja schon wieder einen Lebensstein verloren gehabt Jo, von allen Seiten Habt ihr das recht Feiglinge Vor allem wirklich Man läuft zwei Meter Und dann kommt wieder ein fieser Schwung Da um die Ecke Na, 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 na Wolltest du ihn schlagen, oder was? So, der ist auch weg Ohne einen einzigen Treffer Sind wir jetzt hier durchgekommen Leck mich fett Ah, was kommt jetzt? Da ist wieder das Tor Was ist das? Geht das kaputt? Nö Ah, es kann ja nichts Oh nein, die Arena wahrscheinlich, ne? Da steht Geht das Kaputt Was? Ja, ich bin Wer ist er denn? Ach, das Pferd kann auch nicht damage machen. Jo, wenn das alleine nicht packt, das haben wir gern. Feigling. Alleine bringt das nicht. Eben hätte ich ihn exekutieren können, oder was? So, scheiße, Alter. Ach, nö, noch mehr. Ja. Ja, ist klar. Nicht? Sagt wer. Was für ein Gemetzel. Schlippi. Autsch. Aber die können gut Schaden austeilen, habe ich es gemerkt. Ich wollte dich noch exekutieren, du Sack. Das ist mein Move.